Wir vom Thüringer Ökoherz beteiligen uns aktiv an der Initiative Weltoffenes Thüringen, weil die Thüringer Biobranche ebenso vielfältig wie bunt ist. Sie reicht vom kleinen familiengeführten Bauernhof bis hin zu Unternehmen mit internationalen Kunden. Diese Vielfalt und Offenheit möchten wir auch weiterhin für Thüringen bewahren und fördern. Unser Engagement in der ökologischen Landwirtschaft und Nachhaltigkeit basiert auf Prinzipien von Toleranz, Demokratie und Zusammenarbeit. Wir sind davon überzeugt, dass ein unterstützendes Miteinander die Basis für eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft bildet. Thüringen soll ein Ort sein, an dem Integration und Inklusion selbstverständlich sind und an dem jeder Mensch respektiert und wertgeschätzt wird. Durch unsere Teilnahme an der Initiative Weltoffenes Thüringen möchten wir ein klares Zeichen setzen für ein Land, in dem Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und ökologisches Bewusstsein Hand in Hand geben.